Jetzt ernsthaft, wie hätte man sich denn gegen das Kind entscheiden sollen? Aber ich frage mich jetzt wirklich, das ist immer dieses Entscheidende, das ich frage mich jetzt wirklich. Er hätte uns für die anderen entschieden. Er hätte Kenny trotzdem Duck gerettet und dann wären beide noch dran. Aber ich glaube nicht. Theoretisch, der müsste uns hier wegschicken. Da ist der Laden. Den kenne ich. Schrei noch lauter. Jawohl. Ich dachte, wir sind schon. Es ist schlau, während einer Zombie-Invasion rumzurufen. Fuck! Wie kann ich? Wie kann ich? Wie ist das? Wie ist das? Wie ist das? Wir haben Kinder, Lilly. Diese Dinge außerhalb nicht interessieren. Vielleicht sollte man ihn mitnehmen. Dann haben wir etwas in common. Gott sei Dank, Lilly. Wir müssen diese Leute kontrollieren. Carly und Glenn einfach rausgekommen. Sie ist nicht falsch. Sie haben ein Risiko. Ja, wir haben. Und wir haben es verstanden. Wir haben es verstanden. Wir haben es verstanden. Holy shit. Son of a bitch. One of them ist bitten. Er wurde nicht bitten. Er wurde nicht. Wir müssen das jetzt enden. Über mein Schmiedes. Wir werden ein Bisschen. Nein. Ich lege ihn um. Es ist kein Bisschen. Er ist gut. Sie sind nicht die Leute, das sind. Wir haben bereits gesehen. Wir lassen uns jemanden mit einem Bisschen bleiben, und wir haben alle Bisschen. Wir müssen ihn abhören. oder smash his head Kenny, stop him! What do we do about this guy? Plus, them. Mark doesn't like it. Wenn du deine Mutter möchtest, kannst du dein Vater sehen, seine Nose verbrechen. Ich werde ihn töten, Kat! Und nur über Duck. Lee! Ja? Es ist jemand da drin! Es ist gerade geschlossen. Die Tür ist hinter dem Kounter. Wahrscheinlich. Hey, ich bin nicht der Schlimmste hier. Ich bin nur für meine Frau. Nein, du bist nur der Mann, um zu töten ein Kind zu töten. Er ist in Muck. Sie finden die Bete. Sie werden! Sie werden! Sie werden. Sie werden ihm nicht heilsin, Sie werden schnellen. Und dann werden wir drei. Das kleine Junge. Ich glaube wir können ihn halten. Ein kleiner Junge? Er wird kein Mann aufgewachsen. Es wird nicht überlegen. Es ist! Wirали ihn jetzt! Knock this guy out. Happily. Jesus! Oh man. Jesus! Klappitan! Ruh! Get away from her, you son of a bitch! Ah, falsche Tasse! Irgendwann ganz schön anstrengend, dieses Kuh. Ich bin wirklich nicht schlecht im Tastenschnelldrücken, aber das habe ich nicht geschafft. Dankeschön. Klappitan muss nicht mehr. Ich bin wirklich nicht schlecht im Tastenschnelldrücken. Everybody down! Stay quiet! Wow! They're gonna get in! Shut up! Is that the military? I don't know. Thank God for whatever it is. We almost died because of this bitch and her itchy trigger finger. That was stupid! That was... Shut up! Ah! Herz und Fakten, na Gott sei Dank, ey. Hält da mal die Klappe. Ich提、、, Esto ist ein where ... Ich rufe den Fakten, ey. Ich rufe den Fakten. Alles klar, wassen Sie das. We need nitroglycerin pills. Please get in there. I'll keep an eye on my dad. Everyone else should get comfy and look for anything useful. We could be in here a while. I'm starting to think this drugstore isn't a permanent solution. You're right. This ain't exactly Fort Knox. What do you suggest? We need as much gas as possible so we can all get out of downtown Macon. Fast. Agreed. Then I'll head out and get gas. There's a motel not too far from here, out towards the end of Peachtree. I'll work my way towards it and then loop back, siphoning what I can. You know your way around? Local? Born and raised. If you're gonna do that, here's a walkie-talkie if you get in a tight spot. Hopefully, you won't need it. Cool. Clementine's got the other one. Check in with her and get back here as soon as you can. And you? What's your name? It's Lily. My dad's Larry. Keep a good eye on him. These boys will work on getting you your medicine. That's right. And you? You keep an eye on that front door. You're our lookout. It's Doug. You got it. And I'm Carly. Okay, Carly. You'll shift in with Doug when he needs it. For now, get some rest. You're a good shot. And I'd like to keep it that way. You got it, boss. Now get him those pills. Ich glaube, das passt ja nicht, dass wir jetzt hier so die Bossrolle übernehmen. Central high-tech state. Paper's a week old. Feels like years. Looks like nobody got a chance to donate anything before this all went down. What are you messing around with there? A radio. I can't get it to work, though. Here. Let me have a look. War klar, as you were all about that. Das ist genauso, wenn ich am Autofahren bin. Das ist jedes Mal, denkst du so, oh Gott, Frauen. Es ist kein Wunder, dass es solche Frauen-Klischees gibt. Ernsthaft? Das ist... Nein. Nicht jetzt. Wir gucken jetzt erst mal noch ein bisschen um. Noch Bilder von unserer Familie? Aber scheinbar ohne uns drauf. Erste Batterie haben wir gefunden. Ich weiß nicht, dass wir sie sehr gut erinnern. Hey, Lee. Vielleicht ist es nicht so eine gute Idee. Es gab es schlimmer. Es ist das Typ, der nicht in der Gesichter wurde. Wir, Kat und ich, haben Sie Aufenthalt. Danke, Leigh. Wie ist Duck? Es ist okay, es war nur ein Schock. Wir sind Glück, als hell, niemand wurde nabbeden auf der Straße. No, eine Brühe. Wie ist sie? Sie ist gut, ich denke. Sie ist ein schwerer Mann, da. Sie ist nur ein kleiner Mädchen, Ken. Ja, ich bin so irgendwo so in der Leer. Ach, sie sagen es. Wir sollten immer ehrlich zu denen sein, deswegen habe ich denen jetzt gesagt, dass das Salat und Sachen wie er ist. Ja. Wir haben es für so... Ich muss sagen, wir hätten ihn zusammen bestimmt retten können. Aber naja... Kenny war ja... Ist ja weggeraten mit Duck. Denter. Äh... Äh... Und da auch noch... Äh... 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 Es ist nicht verletzend, weil das Ort nicht verletzend wurde. Wie viele mehr gierige Fremden wären hier, dass ihm noch keiner gegessen hat, so wundert. Es ist nicht verletzend, aber es ist nicht verletzend. Es ist nicht verletzend. Aber es ist nicht verletzend. Es war ziemlich verletzend. Wir haben ein paar Böden aus dem Offiz. Sind Sie okay? Ja, ich bin gut. Kennst du jemanden hier? Ja, die Gäste. Wir waren nahe. Entschuldigung. Wir haben einen älteren Böden in dem Offiz. Dad holte sie raus, in case sie nicht wirklich tot waren. Okay, wir wissen seine Eltern sind tot. Wir müssen jetzt nicht unbedingt auf die Nase binden, dass er je zürdig ist. Das wird sie auch so wissen. Try to get some rest. SWR 2022 WDR 2022 MDR 2016 WDR 2022 WDR 2020 WDR 2019 WDR 2022